Guten Tag, mein Name ist Roman und das ist Dr. Auge. Und Dr. Auge ist tatsächlich ein Haustier, was ich in Wobblies Live mit reinbekommen habe, weil ich mich mit dem Spieleersteller eigentlich ganz gut verstanden habe und wir uns dann dementsprechend entschieden haben, Dr. Auge mit ins Spiel mit einzufügen. Seitdem ist Dr. Auge eins der seltensten und begehrtesten Haustiere hier in Wobblies Live. Und was wir heute machen werden, ist auf jeden Fall mal die anderen Haustiere zu bewerten. Und zwar mit Schulnoten von 1 bis 6. Okay, das heißt, 1 ist natürlich die beste Note, 6 ist selbstverständlich die schlechteste. So wie in der Schule, man kann Plus und Minus noch geben. Und mit der guten alten Samantha... Hallo, ich bin die Samantha! ...und mit dem guten alten Jürgen... Hallo, ich bin der Jürgen! ...können wir heute gemeinsam ein paar Haustiere bewerten. Wir fangen mal einfach an, und zwar hier an unserem guten alten Igel. Okay, der gute alte Igel ist tatsächlich ein ganz normales Haustier im Wert von 500 Dollar. ...den man tatsächlich Spike im Spiel nennt. Und wir können ihn dementsprechend auch umfärben, okay? Und zwar können wir ihn tatsächlich sogar genauso wie Sonic blau machen, okay? Das ist schon sehr, sehr cool. In seiner normalen Farbe allerdings ist er einfach braun. Das heißt also, ich ersetze hier mal meine Haustiere, die ich schon mal hatte. Und hab dann hier einen braunen, nicen Igel, okay? Ich werde die Haustiere in ihrer standardmäßigen Ausstattung natürlich bewerten, ne? Und selbstverständlich, wie sie laufen, wie sie aussehen und was für eine Interaktion sie haben, ne? Weil jedes Haustier hat in Wobblies Live eine Interaktion. Das heißt, wenn wir hier drei drücken, ne? Dann zeigt er uns seine Animation und, uh, er kann, wow, ein paar kleine Saltos machen, ne? Ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr süßes Haustier. Für 500 Dollar ist das auch gar nicht mal so teuer. Und dementsprechend muss ich sagen, der Igel ist tatsächlich eine gute 2+. Wenn man ihn auf eine 1 bekommen möchte, muss man ihn sich einfach nur in blau holen. Und da muss man schon sagen, so sieht er wirklich am krassesten aus. Genauso wie Sonic, wie aus den Filmen. Und der kann dann dementsprechend auch für einen die ganzen Saltos machen. Okay, kommen wir weiter zu unserem nächsten Haustier. Und zwar ist das nämlich ein weißer Hase. Schauen wir uns das Ganze mal an und ersetzen mal hier unseren Sonic und gucken mal, was wir da haben. Der gute Hase ist weiß, kann Türen öffnen und er hoppelt. Und wie er hoppeln kann. Okay, das heißt also, er ist relativ schnell und er kann tatsächlich uns auch hinterher springen. Wie ein richtiger Hoppelhasen. Und dementsprechend ist seine Animation schon ganz cool gemacht. Wir können uns doch mal kurz ansehen, wie das aussieht, wenn er mit uns interagiert. Er gibt uns eine kleine Karotte. Oh, jetzt sehen wir es nicht. Oh, er wurde gerade überfahren. Eine kleine Karotte, die er isst. Wir schauen uns das Ganze nochmal an auf dem Bürgersteig. Er nimmt eine Karotte, lässt sie fallen und dann isst er sie einfach auf. Oh, das ist schon sehr, sehr süß. Aber hierbei würde ich eigentlich auch eine andere Farbe wählen. In weiß würde mir der gute alte Hase eine 2 geben. Ich finde Hasen schon sehr cool. Deswegen würde ich ihm eine 2 geben. Aber um tatsächlich eine bessere Note zu bekommen, würde ich mir den guten alten Flopsy im Spiel genannt, würde ich ihn mir tatsächlich ein bisschen mehr in so einem Braun holen. So ein bisschen Schokohasen mäßig. Guckt euch das mal an. So sieht er doch viel schöner aus. Oh, ein kleiner Schokohase. So kann ihm tatsächlich niemand was anhaben. Außer man beißt ihm natürlich ins Ohr, weil er so lecker aussieht. Und dementsprechend würde er so für mich eine 1 geben. Aber in der weißen Standardausstattung würde ich ihn tatsächlich mit einer 2 bewerben. Hier haben wir zum Beispiel nochmal ein Jam-Haustier. Dafür muss man einige Erfolge tatsächlich machen, die man in einer Höhle tatsächlich erledigen muss. Alles hat tatsächlich mit Gems zu tun. Und man muss sein Museum tatsächlich ausstatten, um diesen Jam hier freizuschalten. Er kostet 750 Dollar Ronis. Das kostet auf jeden Fall ordentlich was. Wir können ihn nochmal ein bisschen heller einstellen und einfach mal kaufen. Und schauen, was er so kann. Und er läuft einem tatsächlich ebenfalls einfach hinterher. Und hat einen kleinen Mund, zwei riesengroße Augen und zwei super kleine Füße, mit denen er tatsächlich herumläuft. Das ist einfach nur ein Stein mit ein paar Stalagniten, die tatsächlich von unten nach oben wachsen. Und man kann tatsächlich hier ebenfalls eine kleine Interaktion davon ansehen, wie es aussieht, wenn man ihn tatsächlich verwendet. Er kann nämlich tatsächlich, wow, seine Frisur einmal aufleuchten lassen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich schon sagen. Das ist eine kleine, wow, eine ganz kurze Animation, aber sehr effektiv und sehr leuchtend. Das gefällt mir schon sehr. Deswegen muss ich schon sagen, der gute alte Steini hier, wie er eigentlich im Spiel heißt, heißt der Jemmy, ist mir tatsächlich eine 1 bis 2 wert, muss ich sagen. Ich finde ihn schon sehr cool. Er sieht sehr süß aus. Man kann ihn in vielen verschiedenen Farben bekommen. Er ist zwar teuer und man muss ihn tatsächlich mit einem ganz gewaltigen Achievement freischalten. Aber so, muss ich sagen, ist er eigentlich nicht schlecht. Das nächste Haustier ist Nosy. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Nosy. Ich hole ihn mal in meiner Standardausstattung hier für 750. Und er ist im Prinzip einfach nur ein Gartenzwerg. Okay, dafür möchte ich nochmal kurz rausgehen. Also, der gute alte Gartenzwerg hier, der läuft uns einfach hinterher wie ein ganz normaler Gartenzwerg. Er hat schon eine lustige kleine Animation. Er kann tatsächlich so nach links und rechts wippen, ja. Es gibt manche Leute, die lieben Gartenzwerge. Und dementsprechend würde ich sagen, ich kann verstehen, warum dieses Haus hier mit drin ist. Ich würde ihm aber tatsächlich nicht so, nicht so, ich würde ihn nicht so gerne kaufen wollen. Weil er kostet 750, er ist schon recht teuer und ich finde ihn irgendwie nicht so spannend. Er hat aber ebenfalls eine Animation, die wir uns ansehen. Und zwar wirft er nämlich seinen Hut weg, hat zwei riesengroße Augen und einen Mund. Und da bekommt er wieder den Hut auf. Okay, das muss man natürlich mögen. Aber für mich ist Nosy tatsächlich ein Haustier, was nicht unbedingt das Spannendste ist. Deswegen würde ich ihm eine 3 geben. Okay, das ist für mich einfach eine 3. Eine gute, befriedigende Haustier-Aktion. Wie soll man das sagen? Okay, Nosy, du bist einfach eine 3. Okay, tut mir leid. Kommen wir zu unserem nächsten Haustier. Und zwar ist das nämlich Slivers. Slivers ist tatsächlich eine Schlange, die man in Grün kaufen kann. Ich würde sie tatsächlich ein bisschen grüner holen und auch ein bisschen dunkler machen. Dadurch sieht sie nochmal ein bisschen cooler aus. 650 kostet sie. Und ihre Lieblingssache, die sie gerne macht, ist gerne ein Dance-Off haben. Also ein Tanzkampf. Das müssen wir uns auf jeden Fall ansehen. Sie schlängelt auf jeden Fall genau so, wie man sich eine Schlange vorstellt. Das sieht schon sehr cool aus. Sie ist aber relativ klein, ja. Das merkt man auf jeden Fall. Aber wie sie schlängelt. Meine Güte. Wie sie schlängelt. Okay. Wenn man springt, kann sie auch springen. Okay. Das ist ganz cool. Und jetzt gucken wir uns mal ihre Animation an. Hier gleich im Sonnenlicht. Und haben dann hier eine kleine Animation. Oh, was? Sie macht einfach die... Oh, oh, oh. Was geht denn da ab? Die kann einfach den Schlangentanz machen. Wie krass ist das denn? Der gute Art Schlangentanz ist tatsächlich auch bei Menschen beliebt. Aber die Schlange macht es natürlich mit am besten. Crazy. Deswegen würde ich dieser Schlange für den Preis... ...ne 2 bis 3 geben. Ich finde den Tanz schon cool. Aber ich muss sagen, die Schlange an sich wird schon schnell langweilig. Sie kann nicht fliegen. Sie kann einfach nur schlängeln. Sie hat keine Füße. Aber die Animation ist ganz okay. Ich kippe eine 2 bis 3. Gucken wir uns mal Polly, den guten alten Papageien an. Der gute Papagei ist in der Lage tatsächlich in vielen verschiedenen Farben aufzutreten. Man kann seinen Kopf ändern. Ich würde ihn jetzt mal hier in Lila holen. Und er kostet ebenfalls 750. Man kann ihn auch hier in so schwarz holen. Dann sieht er auch sehr cool aus. Ich würde ihn jetzt aber in einem leicht dunklen Lila holen. Und der gute Polly ist auf jeden Fall nicht günstig. Dementsprechend nehmen wir ihn mal mit rein. Und das Coole natürlich bei Polly ist, er kann fliegen. Okay? Wir schauen uns das mal an. Wenn man tatsächlich im Freien mit Polly herumläuft, fliegt er tatsächlich neben einem. Oh! Und er fliegt auf einer ca. ähnlichen Höhe wie Dr. Auge. Und dementsprechend kann man tatsächlich mit ihm ganz normal hier herumlaufen. Wenn ich jetzt aber hier einfach mal so stehen bleibe. Mal gucken, was er dann macht. Er fliegt einfach neben uns. Okay. Er landet nirgendwo. Er bleibt einfach in der Luft sozusagen. Wenn wir uns nicht bewegen, dann schwimmt er immer oder fliegt ein bisschen um uns herum. Er schwimmt wahrscheinlich. Okay. Wir drücken mal auf Interagieren und schauen mal an, was er da macht. Er holt sich einen Stock aus der Luft. Und dann steht er da drauf? Was? Okay, warte mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel an einer Wand sind und dann vielleicht interagieren. Nee. Holt er sich einfach diesen Stock und dann steht er damit in der... Oh! Okay. Ich muss sagen, das finde ich schwach. Weil ich hätte gewollt, dass da vielleicht so ein kleiner Baum oder sowas rauswächst. Damit er nicht einfach in der Luft steht, sondern dass da vielleicht ein Baum aus dem Boden rauswächst. Dann wäre das eine coole Animation gewesen. Aber so dieser Stock aus der Luft? Naja. Ich würde Polly hierfür, für einen Preis von 750 Wobbly Dollar, würde ich ihm, glaube ich, nur eine 4 geben. Sorry an alle Polly-Fans da draußen. Aber für 750 Dollar gibt es einige coolere Haustiere. Wie zum Beispiel eine Katze. Und tatsächlich haben wir hier eine wunderbare Katze, die wir vielleicht sogar in Schwarz holen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, Fluffy die Katze klingt für mich auf jeden Fall sehr interessant. Man kann dementsprechend das Halsband leider nicht ändern. Das heißt, man kann nur die Farbe der Katze ändern. Und Lars hat sich ja mal eine Katze gekauft gehabt. Und soweit ich weiß, war er nicht so sehr zufrieden damit, weil die Katze wirklich nicht so viel konnte. Aber wir schauen mal. Okay. Hier haben wir die Katze. Sie ist sehr klein. Sehr puschelig. Und ich muss schon sagen, zu unserem Look heute passt sie schon eigentlich ganz gut dazu. Sie ist eine kleine, nette Katze. Hat rote Augen und lila Tatzen. Ist tatsächlich damit beschäftigt, die ganze Zeit um uns herum zu laufen. Und tatsächlich immer mal wieder ihre Tatze abzuschlecken. Und dementsprechend gucken wir uns mal nochmal die Animation an. Sie wirft ein paar kleine Herzen. Und dann legt sie sich hin. Okay. Sie macht schon genau das, was man von der Katze erwartet. Deswegen muss ich sagen, sie ist eine ganz normale Drei. Ganz normales Mittelfeld. Ich mag Katzen. Ich bin Katzen-Fan. Aber ich muss schon sagen, für den Preis, ne? Für den Preis gibt es schon bessere Haustiere. Scruffy. Wir gucken mal, ob Scruffy vielleicht mehr kann. Und wir können auch mit ihm interagieren. Was macht er? Er rennt einfach. Uh. Scruffy ist genauso wie die Katze. Und nicht so gut animiert, muss ich sagen. Auch vom Laufen her. Und wenn wir da jetzt interagieren nochmal mit ihm. Fünf läuft er nur einmal im Kreis. Leute. Das ist leider eine Fünf. Das ist leider eine Fünf. Tut mir leid. Ich weiß. Ein Hund hätte so viel mehr machen können. Ein Hund hätte Platz, Sitz, vielleicht Pfötchen geben können oder irgendwas. Aber er rennt einfach nur zweimal im Kreis. Ne. So. Kommen wir mal hier zu einem kleinen, guten Freund. Und zwar Spark. Spark ist tatsächlich ein sehr, sehr krasses Haustier. Muss man schon sagen. Man kann ihn in vielen verschiedenen Farben holen. Er ist tatsächlich in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Wir holen ihn jetzt einfach mal in grün. Kostet tausend. Und er ist schon nice. Muss man schon sagen. Spark ist ein sehr cooles Haustier. Muss man tatsächlich ebenfalls freischalten. Ich glaube, man konnte ihn freischalten im Atomkraftwerk. Soweit ich mich erinnere. Und er sieht sehr, sehr krass aus. Er ist relativ leicht auch freizuschalten. Falls ihr das Video dazu sehen wollt. Schaut auf jeden Fall bei mir auf dem Channel das Video an, wie ich mit Lars dieses Haustier freigeschaltet habe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es ist einfach nur ein statisches Elektrohaustier. Und man kann es ebenfalls mit einer Interaktion starten. Und da bekommt es dann... Oh! Eine Steckdose! Oh! Was? Und es lädt sich auf. Und dann explodiert es einfach. Wow! Das ist eine sehr, sehr coole Animation. Das ist für mich auf jeden Fall eine Eins, Leute. Das ist einfach eine glatte Eins. Sehr hübsches Design. Sehr coole Animation. Gefällt mir wirklich sehr. Und zwar haben wir nämlich hier einen besonderen Bubbles. Und der gute alte Bubbles ist in der Lage, erstmal eine andere Farbe anzunehmen. Den holen wir ganz bestimmt in Orange. 600 Dollar für einen Fisch mit ein paar Rollen, der einem hinterherrollt. Schon nicht schlecht. Er kann auch springen. Er hat jetzt nicht unbedingt eine besondere Animation, weil er rollt einfach nur. Er dreht sich nicht gar nichts. Er schwimmt halt im Wasser währenddessen. Und starten wir hier eine Animation. Uiuiuiuiui. Schon nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht. Er kann einfach einen kleinen Salto aus der kleinen Fischbowl rausmachen. Und da muss ich sagen, das ist für mich auf jeden Fall eine gute Zwei. Das ist eine gute Zwei. Ich finde so ein nicer Salto ist nicht schlecht. So! Gemeinsam mit Tango sind wir jetzt hier am nächsten Haustierladen angekommen. Und können uns einfach mal hier ebenfalls weiterkämpfen, ne? Das ist Patch. Und Patch ist dementsprechend natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich weiß noch, wie Lars sich tatsächlich eine rote Patch gekauft hat. 500 Dollar. Und ich muss auch sagen, die sehen vom Aussehen schon besser aus als die anderen Katzen. Das ist schon eine süßere Katze. Guck mal, wie die läuft. Guck mal, die hat auch so eine aktivere Art und Weise zu laufen. So kleinere Tapser macht sie. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz die Animation hierzu an. Und oh, die legt sich hin und dann wird sie gestreichelt werden. Ist natürlich jetzt circa ähnlich wie die andere Katze auch. Aber ich finde die ein bisschen süßer. Deswegen würde ich dieser Katze eine 3 plus geben. Okay? Das ist eine 3 plus. Weil es ist die rote Katze. Was will man machen so? Ist ganz okay. Kommen wir zu einem anderen Haustier, was sehr legendär ist. Und zwar ist es tatsächlich sogar der gut alte Pinchy. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber man kann Pinchy tatsächlich ebenfalls auch auf dem Kopf tragen. Das heißt, wir können uns hier beispielsweise für 750 Dollar den guten alten Pinchy als Haustier holen. Den hatte ich tatsächlich sogar noch nie als Haustier. Und man kann ihn dann tatsächlich hier so ein bisschen laufen lassen. Und er krabbelt. Ja? Er krabbelt dir dann dementsprechend immer hinterher. Und immer seitlich. Weil Krabben selbstverständlich natürlich immer den Seitwärtsgang einlegen. Und dementsprechend können wir auch mal gucken, was die Animation vom guten alten Pinchy ist. Oh! Und er tanzt. Er tanzt genauso wie der Riesen-Pinchy. Leute, ihr müsst euch unbedingt ansehen, wie Lars und ich, als wir tatsächlich das Secret freigeschaltet haben von Pinchy, dass man da einen Riesen-Pinchy tatsächlich im Ozean sehen kann. Und das Allerbeste daran ist, man bekommt da auch einen Hut. Den ziehen wir mal kurz an. So sieht das Ganze dann dementsprechend aus. Da ist ein Pinchy, wie er gerade ganz entspannt einmal auf unserem Kopf tanzt. Und dann ist er hier nebendran nochmal. Das heißt also, an die riesengroßen Pinchy-Fans da draußen. Das ist auf jeden Fall ne Eins. Okay? Noch glatter geht's gar nicht. Probieren wir hier nochmal ein anderes Haustier aus. Und zwar tatsächlich einfach nur einen Seestern. Genau! Man kann hier tatsächlich einen Seestern nehmen. Wir machen den jetzt mal pink, tatsächlich so wie Patrick Star und sehen, dass dieser Seestern sich tatsächlich im Rad tatsächlich fortbewegt. Und innen drin hat er tatsächlich nochmal ein kleines Gesicht, wenn man genau hinsieht, ja. Das heißt also, da hat er tatsächlich ein kleines Gesicht. Und er legt sich dann hin, um sich tatsächlich dann mit seiner Animation in eine Art Shuriken zu verwandeln. Okay? Er sieht schon ein bisschen aus wie so ein Shuriken, wenn er sich so ein bisschen neigt. So, checken wir nochmal kurz die Animation von unserem Seestern aus. So. Er legt sich hin. Und er winkt uns. Oh! Okay, 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 okay. Nochmal, nochmal zeigen. Oh! Oh! Mein Herz! Mein Herz! Okay. Gut. Das ist ne echt süße Animation. Er... Oh! Hallo! Oh! Okay, mein Herz schmilzt. Er kriegt ne 2 bis 3. Okay? Er kriegt ne 2 bis 3, finde ich gut, ist aber für den Preis zu teuer. Der Patty ist ein Halloween-Haustier, was man ebenfalls freistalten kann für 1000 Dollar. Sehr, sehr teuer für einen sehr, sehr ekligen Look. Er hat tatsächlich diese Beine, sehr spinnenartig. Da muss ich schon sagen, da grauselt es mir schon. Er ist nicht unbedingt das hübscheste Haustier, aber er spinnt einem sozusagen hinterher. Und wir können mal hier die Interaktion starten. Und er tanzt da so ein bisschen für uns. Wow! Was? Nochmal. Was? Er wirft einfach die gesamten... Äh... Wow! Die gesamten Belege auf seinem Burger. Einmal hier durch die ganze... Durch den ganzen Raum. Und das auch richtig hoch. Jawohl! Ordentlich. Nicht schlecht. Ähm... Ist schon sehr cool, aber mir gefallen Spinnen nicht. Deswegen gebe ich ihm ne 4. Der ist irgendwie gruselig. Ha! Und zu teuer. 1000 würde ich dafür nicht ausgeben. Auf der anderen Seite gibt es nochmal die YouTuber-Haustiere. Doktor Auge ist natürlich ne 1 plus mit Sternchen. Leute, nicht vergessen, falls ihr Doktor Auge tatsächlich noch nicht zu Hause habt, man kann ihn tatsächlich auch unter shop.arisu.de holen als Plüschtier. Er ist super plüschig, super nice. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei, falls ihr Doktor Auge noch nicht zu Hause habt. Hier haben wir tatsächlich nochmal ein paar Haustiere von ein paar YouTubern. Und zwar ist das hier nämlich jetzt auch für 1000 Dollar ein Hut mit ein paar Beinen. Den checken wir ebenfalls aus. Da kann man tatsächlich auch 3 drücken. Und der schmeißt uns ein paar... Wow! Ein paar nice Dance-Moves hin. Sehr, sehr cool. Muss ich schon sagen. Das heißt also, der kann da ebenfalls einen kleinen Stepptanz hinlegen. Sehr, sehr, sehr nice. Okay. Cool, cool, cool. Das ist auf jeden Fall eine gute 2 plus. Den Tanz fand ich sehr nice. Und es ist auch sehr witzig, dass es einfach nur ein laufender Hut ist. Dann haben wir hier tatsächlich nochmal eine Ninja. Ja, Lil C. Und das ist wie so eine Art kleiner Ninja mit so einem Ninja-Schwert und so zwei Cooler-Augen und einem Headset auf. Man kann ihn ebenfalls interagieren lassen. Und dann nimmt er ein Ninja-Schwert und... Wow! Wow! Macht ein kleines Kunststück. Nicht schlecht, aber ich finde ihn nicht so spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und würde ihm deswegen eine 2 bis 3 geben. Eine 2 bis 3 ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Gehen wir mal weiter und haben hier nochmal ein weiteres Haustier. Und zwar haben wir nämlich hier ein Haustier, was man freischalten muss, indem man an die Windmühlen sozusagen geht. Oder an diese Windräder in Wobbys Life. Da kann man dieses Haustier finden, ne? Und ist sehr, sehr grün. Sehr, sehr nice. Hat riesengroße Augen und auch so eine Zunge, die raushängt. Sehr, sehr cool. Da können wir auch mal 3 drücken und schauen mal. Oh, yeah! Was macht er? Oh mein Gott, was? Der kann einfach so einen Zungenhandstand machen. Oh, das finde ich schon sehr cool. Yeha! Oh, sehr cool. Ist auf jeden Fall eine 2 plus von meiner Seite aus. Sehr, sehr cooles Haus hier. Gefällt mir sehr. Gehen wir mal weiter. Das ist nämlich Flipper. Der gute Flipper ist tatsächlich ein Pinguin. Und er läuft tatsächlich ganz normal. Er watschelt uns hinterher. Das finde ich nicht so nice. Ich hätte es cooler gefunden, hätte er uns vielleicht auf dem Bauch sozusagen hinterher geschlittert. Und dementsprechend aktivieren wir dem seine Animation. Oh, ganz schwach. Oh, okay. Das ist leider die 6. Das ist die 6 leider. Tut mir leid, Leute. Das ist das schlechteste Haustier. Es ist... Er macht gar nichts. Er watschelt nur hinterher und das nicht wirklich seinem Tempo entsprechend. Ich finde, das Hinterherlaufen sieht gar nicht gut aus. Er sieht aus wie ein laufender Bowlingpin, okay? Und seine Animation ist einfach nur zweimal springen. Ah, das ist die 6. Tut mir leid. Der Geist ist ebenfalls sehr schwer freizuschalten, ne? Dafür braucht man verschiedenste Kugeln, die man tatsächlich in Wobblies Live holen muss. Dazu haben wir auch schon ein Video abgedreht. Und er ist mit 1200 Dollar schon sehr, sehr teuer. Dementsprechend können wir ihn aber auch in verschiedenen Farben konfigurieren. Ah, Disco-Geist! Er fliegt uns tatsächlich hinterher wie ein ganz normaler Geist. Er ist einfach nur ein weißer Laken, der einfach nur so ein bisschen herumschwirrt. Und wir können ihn tatsächlich ebenfalls mit einer Animation wieder aktivieren. Das heißt, da macht er dann... Buh! Och, wow! Wie süß! Er macht ebenfalls ein Salto und er sagt... Buh! Oh! Das ist ja cool. Okay. Das finde ich schon sehr cool. Er ist aber sehr, sehr teuer für das, was er ist. Er schwebt. Er ist relativ simpel wie ein ganz normaler Geist. Ich würde ihm eine... 2 Plus geben. Er ist eine 2 Plus. Muss man schon ganz ehrlich zugeben, er macht dieses Buh. Er hätte aber auch so ein bisschen unsichtbar werden können vielleicht. Das wäre cooler gewesen, wenn er vielleicht unsichtbar werden würde. Dann würde er kurz verschwinden und dann macht er Buh! Und das wäre die 1 gewesen. Hier haben wir tatsächlich eins der ekligsten Haustiere. Und zwar ist das nämlich Slimy bzw. Sludge. Und der sieht sehr, sehr eklig aus. Also wenn man sich das mal ansieht, ich muss sagen, ich bin da kein Fan von. Er hat wirklich ganz schlimme Zähne, ganz schlimme Augen. Und sein gesamtes Erscheinen ist schlimm. Wenn wir jetzt seine Animation abspielen, was bekommen wir da? Was bekommen wir bei der Animation? Oh! Er kotzt auf den Boden! Oh! Aber es ist nicht schlechte Animation für ihn. Ich muss ihn ja nach seinen Gegebenheiten dementsprechend bewerten. Deswegen würde ich sagen, die Animation ist sehr, sehr beeindruckend, sehr cool. Deswegen würde ich einfach mal sagen, er kriegt von mir eine 2 bis 3. Ich finde ihn einfach nicht gut. Ich muss sagen, für 1200 Dollar gibt es deutlich bessere Haustiere, die man kaufen kann. Ein Hühnchen. Dann haben wir hier so ein kleines graues Hühnchen für 500 Dollar. Und das, ja, huhnt einem halt eben so hinterher, wie das so ein Huhn halt einfach macht. Und hat eine Animation. Auch, oh, eine kleine Fluganimation. Sehr kurz, sehr langweilig auch. Leider, das ist eine 4. Leider ist das eine 4. Die Animation an sich ist nicht schlecht so, aber er ist nicht wirklich spannend. Da könnte man theoretischerweise auch Hector holen. Ich glaube aber, Hector an sich hat jetzt einfach nur diesen Zylinder und diesen, äh... Oh, nein, tatsächlich! Oh, Hector ist doch anders. Hector ist tatsächlich etwas, äh, deliziöser oder ein bisschen mehr posch angezogen, ne? Und dementsprechend holt er sich ein Sektglas, macht einen Toast und trinkt ein Schlückchen. 1. Ist einfach eine 1+. Da kann man nichts anderes sagen. Das ist ein wirklich sehr dekadentes Plüsch... äh, Plüschhühnchen. Wir gehen mal nach hinten, ne? Und holen uns mal hier den guten alten Golfball. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Animation an. Es ist ein Golfball, der sich auf so ein Gold... Oh, was? Niemals! Das habe ich ja noch nie gesehen. Dieser Golfball wird einfach so von einem Schläger weggeschlagen. In den Baum zum Beispiel. Oh! Und dieser Golfball verschwindet dann. Ja, mei! Das ist ja richtig gut. Leute, was ist das denn? Das ist ja die beste Animation überhaupt. Blupp! Und dann wird er da weggeschlagen. 1 plus. 1 plus, Leute. Besser geht's kaum. Also das ist wirklich richtig, richtig... Nice! Den Dino muss man übrigens auch, glaube ich, freischalten. Das war, glaube ich, im Dschungel oder so. Stumpy heißt der Gute. Boom! Haben wir hier einen roten Dino. Und, äh, der ist tatsächlich ebenfalls in der Lage, langsam so zu stampfen. Der stampft einem so ein bisschen hinterher. Hat so ein bisschen Bock auf Fleisch. Das sieht man ihm schon an. Und dementsprechend haben wir hier eine gute alte Dino-Partie. Benutzen wir mal die Interaktion und gucken nach links, nach rechts. Und was macht der dann? Er holt ein... Oh, er legt ein Ei! Und dann verbuddelt er es dann. Oh, nicht schlecht. Okay. Schade, dass aus dem Ei nichts schlüpft. Er holt einfach nur das Ei raus, guckt es kurz an und dann vergräbt er es wieder. Schon gut. 2 plus. Das ist eine 2 plus. Muss ich schon sagen, sehr süß. Aber 1000 Dollar für dieses Haustier? Ich weiß ja nicht. Das letzte Haustier ist... Und das kann man sich tatsächlich hier in gelb holen. Und das ist eine kleine Biene. Und ich bin allergisch gegen Bienen. Deswegen habe ich da schon eine kleine Voreinstellung gegenüber diesem Haustier. Aber wir verwenden es mal und bemerken... Uh, es fliegt einfach nur ein Salto für 750 Dollar. Okay. Wenn man Bienen mag, kann man dieses Haustier nehmen. Aber ich mag keine Bienen. Und ich finde die Animation schlecht. Deswegen würde ich hier eine 5 geben. Das ist ein bisschen hart bewertet. Ich weiß. Aber das ist natürlich nicht so schlimm. Okay, Leute. Das waren die heutigen Haustiere. Nicht vergessen, unter shop.ericin.de vorbeizusehen, um euch euren eigenen Doktor-Auge auch für zu Hause zu holen. Tatsächlich das beste Haustier, was man sich überhaupt nur holen kann. Mein persönlicher Favorit. Selbstverständlich. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.